Hallo und herzlich willkommen zurück bei Judo im Pott. Heute mal wieder mit einem etwas ernsteren Thema, das ich jedoch wichtig finde im Kopf zu behalten. Es geht um Hirnverletzungen im Judo und ihre chronischen Folgen. Bevor ich fortfahre, möchte ich kurz den Inhalt für euch gliedern, damit ihr zu den verschiedenen Punkten springen könnt, wenn ihr meine Stimme nicht länger als zehn Minuten ertragen könnt. Wie zuletzt sind die Literaturhinweise in den Überschriften und in der Videobeschreibung zu finden. Zunächst wird es um den Hintergrund der CTE-Erkrankung gehen, dann um Symptome, dann die Therapie, dann für uns Judo kann natürlich wichtig die Gefahren von Schädel-Hirntraumata im Judo und zuletzt natürlich für uns Trainer sehr wichtig, wie man das Ganze vorbeugen kann. Der Hintergrund. 2005 veröffentlichte der aus Nigeria stammende Rechtsmediziner und Neuropathologe Bennett Omalu in Pittsburgh eine Studie über eine mysteriöse Krankheit, die er in den Gehirnen verstorbener Football-Profis nachgewiesen hatte. Er nannte sie chronisch-traumatische Enzephalopathie. Es versteht sich von fast selbst, dass sich Omalu im footballverrückten Amerika nicht gerade beliebt gemacht hatte. Erst 2016 räumte die NFL Football als Ursache von CTE ein. Neu war diese Art von Erkrankung übrigens nicht. Schon seit den 50er Jahren ist die Boxerkrankheit bekannt. Sie wird auch als Demencia pugilistica, also faustkämpferische Demenz bezeichnet. CTE wird durch wiederholte, meist leichte Traumata gegen den Schädel verursacht und tritt meist erst Jahrzehnte später auf. Solche Traumata müssen als Auslöser einer CTE übrigens keine symptomatischen Folgen gehabt haben. Die wiederholten Schläge gegen den Kopf, die im Football zur Tagesordnung gehören, verursachen das Sterben von Nervenzellen, die dann Proteine freisetzen, die wiederum das Absterben weiterer Neuronen in eine Art Kettenreaktion verursachen. CTE ist also einer Alzheimererkrankung sehr ähnlich. Sie zählt zu den neurodegenerativen Krankheiten. Die Prävalenz in der Bevölkerung ist übrigens nicht bekannt. Es handelt sich um eine sehr, sehr seltene Krankheit. Wohl aber schätzt man, dass rund 15 Prozent aller Kontaktsportler eine CTE entwickeln. Das genaue Krankheitsgeschehen könnt ihr übrigens im unten verlinkten Infoblatt von kurz und grau nachlesen. Dort ist alles sehr ansehnlich beschrieben. Die Diagnose kann gegenwärtig nur post mortem durch eine pathologische Untersuchung des Gehirns gestellt werden. Allerdings laufen zurzeit Studien zur Diagnose an lebenden Patienten. Diese schließen unter anderem MRT- und CT-Scans sowie die Analyse von Liquor, also Flüssigkeit aus Hirn- bzw. Rückenmark, mit ein. Neben Football wurden auch bei anderen Sportarten CTE-Fälle beobachtet. Darunter Rugby, Eishockey, Handball, Fußball, Skifahren und Judo. Nach wie vor wird die Diagnose nur selten gestellt. Auch im Judo ist sie ausgesprochen selten. Wohl aber gab es ein paar wenige Fälle, wo der Verdacht an der CTE geäußert wurde. So zum Beispiel beim Amerikaner Jack Hatton. Belegt wurde dies jedoch nie. Hatton hatte während seiner Leistungssportkarriere wiederholt Gehirnerschütterungen erlitten. Tatsächlich sind selbst viele Gehirnerschütterungen keine Garantie für eine spätere CTE. Golden und Sassmann gehen davon aus, dass auch individuelle Faktoren zur CTE beitragen können. Diese könnten in Veränderungen von Blutgefäßen liegen, die junge Sportler nach Gehirnerschütterungen entwickeln können. Solche unterlegen natürlich einer gewissen Zufälligkeit. Weitere individuelle Faktoren können genetische Veranlagungen sein, Stöße zum Kopf besonders gut oder eben besonders schlecht abfedern zu können. Auch Umwelteinflüsse können eine Rolle spielen. Eine nötige Stärke der Traumata, um die notwendigen neurologischen und metabolischen Veränderungen für eine CTE zu verursachen, konnte bis heute nicht eruiert werden. Daher betonen die Autoren auch, dass grundsätzlich jede Kontaktsportart zu einer CTE führen könne. Die Symptome. Klinisch werden zwei verschiedene Arten von CTE festgestellt. Die erste Form betrifft vor allem das episodische Gedächtnis, also das Erinnern von Ereignissen. Auch andere kognitive Funktionen, wie zum Beispiel Problemlösefähigkeiten, können betroffen sein. Diese Form der CTE trifft meist um das 50. Lebensjahr herum auf. Die zweite Form tritt dagegen durchschnittlich um das 70. Lebensjahr auf und betrifft vor allem das emotionale Verhalten. Depression, Impulsivität und Gewalttätigkeit können die Folge sein. Abhängig vom Schweregrad wird in vier verschiedene Stadien unterschieden. Stadium 1. Kopfschmerzen, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, emotionale Schwankungen bis hin zur Aggressivität oder Depression. Stadium 2. Hier stehen die Stimmungsschwankungen und die Depression im Vordergrund. Impulsivität, selbstgefährdendes Verhalten und Einschränkung exekutiver Fähigkeiten, also von Organisations- und Problemlösefähigkeiten, werden beobachtet. Stadium 3. Im Vordergrund stehen hier Störungen des Gedächtnisses und Depressionen, aber auch Beeinträchtigung der Emotionskontrolle. Sogar optisch und räumliche Fähigkeiten können betroffen sein. Beim vierten Stadium handelt es sich um eine voll ausgeprägte Demenz mit massiven, Beeinträchtigungen von Gedächtnis, Emotionen, exekutiven Fähigkeiten und sogar der Sprache. Auch Symptome der Parkinson-Krankheit werden beobachtet. Therapie Eine gezielte Behandlung von CTE existiert gegenwärtig nicht. Die Therapie von CTE zielt also auf die Milderung von Symptomen ab. Ausreichender Schlaf, körperliches Training und Verhaltenstherapie können hier helfen. Gefahren für schädliche Traumata im Judo Im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten sind Schläge zum Kopf im Judo nicht üblich. Allerdings können falsch ausgeführte oder schlecht gefallene Würfe zu Kopfverletzungen führen. Zudem werden viele ruckartige Bewegungen an der oberen Halswirbelsäule vollführt, von denen sicherlich nicht alle abgefedert werden können. Das Thema CTE im Judo ist gegenwärtig noch nicht vollumfänglich umforscht, sodass hier sicherlich in Zukunft mit Ergebnissen zu rechnen sein wird. Vorbeugung Unser bester Schutz gegen die CTE ist die Fallschule. Nach Erdmann steigt mit höherem Gürtelgrad die Zahl der Kopfverletzungen an. Demnach ist davon auszugehen, dass mit steigendem Alter der Jugendlichen und einem höheren jude-spezifischen Technikrepertoire der Hang zum Risiko ebenfalls steigt. Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist zu wissen, wenn man verloren hat. Golden und Sussman betonen, dass Verletzungen bei einem nicht voll ausgewachsenen Hirn unter einem Lebensalter von 25 Jahren eine CTE begünstigen können. Nach einer quantitativen Studie von Akoto und Lambert und Kollegen mit über 4500 Befragten schafften es Gehirnerschütterungen in die Top 12 der häufigsten Verletzungen im Judo. Seitens der International Judo Federation IGF gibt es nun schon seit einigen Jahren Maßnahmen, die Gesundheit der Kämpfer zu schützen. Hierzu zählt die scharfe Sanktion von Diving und der Kopfbrücke. Dennoch sollte sich jeder Sportler dazu berufen fühlen, sich zu überlegen, wie klug es ist, was er gerade seinem Körper oder dem seines Partners antut. Und natürlich auch, welches Benefit er davon hat. Zudem möchte ich dafür werben, im Training auch immer ein Auge auf eure Schützlinge und Mannschaftskollegen zu haben, um ihnen mitzuteilen, wann sie es übertreiben. Das war es für diese Woche. Wie immer sehen wir uns am nächsten Montag bei Judo im Pott.